Hey Leute, willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon, hier auf unserer coolen Meeresland der Meerjungfrauen mit Geisterschiffen und so Zeug halt. Und wir sollen jetzt hier den Ischen, Meerjungfrauen, Meernixen, den coolen eigentlich, den sollen wir was holen. So, Geschichte, Geschichte, die Dunkelnixen. Überzeugt ihr, war ich ja gerade schon, sprich mit den Dunkelnixen. Bis folgt den Dunkelnixen davon, dass ihr Schiff ziehen zu lassen. Finde einen Spiegel, finde Perlen, mache den Dunkelnixen Geschenke. Bringe die Dunkelnixen dazu zu fliehen, kämpfe gegen die Dunkelnixen. Okay, wir wollen eher, würde sagen, wir machen es uns schwierig und holen den Geschenke, die friedfertige Art. Dafür sappel ich nochmal mit ihr jetzt und ich weiß nicht, sagt sie da was noch zu oder nicht? Ne, sie meinte ja, sie will damit nichts zu tun haben, ne? Den ganz Ohr, Perlen. Äh, von mir, dass sie den Einwanderungsgeschmack hat. Weitere Frage. Äh, Spiegel. Kannst du mir helfen? Da macht sie nicht mit? Ähm. Ja. Hm. Schiff. Segelt. Ne, da macht sie anscheinend nicht viel. Den können wir denn dann mal fragen. Ihn hier? Ihn mal ansprechen, vielleicht weiß er ja irgendwas. Hey, Lumpo. Was geht? Äh, Perlen. Ich brauche Perlen. Weißt du, wo ich welche finden kann? Aber natürlich sieht er das farblose Glühen in der düsteren Nacht an. Das verlamenlose Feuer, das den Rumpf des Schiffes umschmeichelt. Im weicheren Inneren der Austern wachsen Perlen heran. Verborgen vor dem befriesigen Blick des Ästheten. Äh, das den Rumpf des Schiffes umschmeichelt. Aha. Spiegel. Eine der Nixen hat mir aufgetragen, einen Spiegel zu finden. Hast du vielleicht eine Idee, wo ich fündig werden könnte? Das Sein... Äh, was? Das Sein ist ein Rätsel unseres eigenen Spiegelbildes. Schön, nicht wahr? Stammt aus meiner Feder. Rätsel und Aphorismen gibt es bei mir wie Sand am Meer. Aber Spiegel? Nein, nichts. Okay, gut, dann... Tschüss. Tschüssi. Dann im Schiff vielleicht nochmal gucken. Im Rumpf. Oder vielleicht weiß sie ja auch was hier. Sie Senta. Huhu, Senta. Der müssen wir doch eh mal plaudern. Sei gegrüßt, luftiges Wesen. So. Äh, angegriffen. Nee. Ehemann. Ist der Kapitän dein Ehemann? Willst du nicht mal zu ihm hin? Ja, okay. Okay, dann nicht. Dann nicht! Dann gehen wir nochmal rein ins Schiff und gucken, ob es hier Pferlen für uns gibt. Oder was anderes Schönes. Vielleicht finden wir ja zufällig irgendwas. Ah, jetzt musste ich nie sennen. Ist nicht so schön. Da kommen wir nicht runter. Äh. Die Geister hört man anscheinend immer noch. Nochmal hier vielleicht reingucken. Weil bisher weiß ich auch nicht, wo der Spiegel sein könnte. Ist der vielleicht auch hier beim Schatz? Wo der Schatz war oder so. Die Sonne scheint wieder so doof auf meinem Monitor. Das ist echt... Es war schön, dass die Sonne mal wieder scheint. Ist klar, aber... Monitor erscheinen ist immer nicht so geil. Hm. Ja, aber man kam doch hier noch irgendwie... Man kam doch hier nicht nur da lang. Man konnte doch noch weiter um die Ecke. Bin ich doof? Oder war das... War das alles hier? Ich glaube, das war dann alles hier. Hm. Na gut. Dann raus mit dir. Wenn hier auch nichts ist. Ich such mal weiter. Es gab so viele Cuts im letzten Part. Ich mach jetzt mal nicht einen Cut. Und such mal erstmal ein bisschen weiter. Vielleicht findet man den Spiegel ja auch ganz woanders. Aber dann kriegen wir das Schiff ja nicht weg. Also denke ich schon, dass wir das in dieser Welt finden. Also hier in dieser Schiffswelt. Die Perlen sind für mich aber eher sowas, was man auch tatsächlich hier am Strand findet. Vielleicht sind die ja irgendwo ganz woanders. Hm. Vielleicht weiß einer von den anderen Bescheid. Ba, ba, ba. Fragen. Hm. Perlen. Ich suche Perlen für eine der Nixen. Auf der Backbordseite des Schiffsrumfs sind Austern. In denen findest du bestimmt ganz tolle Perlen. Äh. Schiffsrumpf schon wieder mal. Wenn ich mal wüsste, wo das jetzt genau ist. Bam. Schiff. Da bin ich gerade ein bisschen blöde. Äh. Fragen. Weiß er vielleicht, wo der Spiegel ist? Nee. Aber er hier vielleicht? Können wir erstmal mit dem Spiegel anfangen. Spiegel. Brauch einen Spiegel für eine Nixe. Einen Spiegel? Was soll das sein? Frag die Korriganen. Die kreien sich alles, was sie in die Finger kriegen können. Vielleicht können sie dir ja weiterhelfen. Okay. Nein, nein. Tschüss. Dann frage ich ihn nochmal hier. Den Chef. Vielleicht weiß der das ja mit dem Spiegel. Ich brauche einen Spiegel für die Nixen. Zufälligerweise habe ich einen bei mir. Er ist ein bisschen groß und würde sogar für vier von uns reichen. Ich denke, du kannst ihn haben. Oh. Okay, dann haben wir ja den Spiegel von ihm bekommen. Das war ja sehr easy. Aber wo ist denn jetzt hier? Sind die Perlen? Ist das hier der Rumpf? Bin ich jetzt hier? Hier wollte ich ja eigentlich hin. Bin ich dann richtig hier? Nee, hier waren wir doch schon drinnen. Oder? Ich will zum Rumpf des Schiffes. Und das weiß ich nicht, ob ich da ganz runter muss oder... Oder wohin? Oder ist es eher außen? Ich meine Austern und so. Die könnten doch gut hier irgendwo dran kleben. Es gibt Austern. Es gibt Austern. Hier, das sind doch ganz viele Austern. Na? Ist da nicht was bei? Wenn die da alle kleben. Ja, da vorne. Tatsächlich. Na cool. Perlen nehmen. Und die öffnen sich hier alle so schon. Das ist ja praktisch. Hab ich jetzt genug? Nein? Noch mehr Perlen. Okay, ich hab Perlen gefunden. Und ich hab den Spiegel. Das war jetzt wirklich nicht so schwer. So, dann kriegt die Trulla hier mal. Weiß ich nicht. Ihren Spiegel. Ich glaub, das ist die Spiegeltante. Wenn ich mich richtig erinnere, hab ich dich um einen Spiegel gebeten. Wie lange soll ich denn noch warten? Er war nicht leicht zu finden. Aber hier, bitte. Da ist er und so. Gehörst ja nicht gerade zu den Schnellsten. Und dein Spiegel kann auch nicht wirklich mit den meiner Ur-Tante Viskonia mithalten. Aber was soll's. Sein Zweck wird das schon erfüllen. Vergiss nicht, du hast mir etwas versprochen, als ich gesagt habe, dass ich dir einen Spiegel besorge. Lass den fliegenden Holländer ablegen. Sofort. Denkst du allen Ernstes, dass ein kitschiger Spiegel es wirklich wert ist, einen so wichtigen Befehl zu missachten? Ja, das tue ich. Ich hab wirklich Mitleid mit dir, du lächerliches Flatterwesen. Aber wenn es dir so wichtig ist, lass dich das Schiff halt ablegen. Auf Nummer Wiedersehen. Schönen Tag noch und hoffentlich werden wir uns nie mehr über den Weg laufen. Und weg war sie. Aber es hat wenigstens geklappt. 200 Erfahrungen. Vielleicht hätte ich nicht so viel bekommen am Ende an Erfahrung, wenn wir gleich gegen die gekämpft hätten. Oder genauso viel. Das weiß ich jetzt nicht. Mit Telxiepaya sprechen. Hast du die Perlen gefunden, um die ich dich gebeten habe, jämmerliches Insektengeschöpf? Wie sie sich alle voll dissen, weil sie eine kleine Fee ist. Hier sind sie. Fünf an der Zahl. Ich hoffe, sie gefallen dir. Danke, gut. Ich bin weg. Lebt wohl. Und weg war die zweite Nixe. 200 Erfahrungen bekommen. Das ist schön. Wo ist jetzt die? Was ist mit der? Wie die Nix? Ihr habt hier nichts zu suchen. Verschwindet, ihr dreckigen kleinen Biester. Gewalt war noch nie eine Lösung. Ich will dir ein Geschenk anbieten. Ein Geschenk? Jetzt sieht die Sache ganz anders aus. Neulich ist mein Kamm zerbrochen und meine Haare sind voller Seetang. Das ist weder weiblich noch hübsch. Ich kann mich schon auf die Suche nach einem Kamm machen, aber... Aber? Du kriegst den Kamm nur, wenn du dann das Schiff ablegen lässt. Du vergisst, dass ich meine Befehle habe. So einfach lasse ich mich nicht bestechen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ohne Schiff kein Kamm. Wie lautet deine Entscheidung? Du bist ein zäher Verhandlungspartner. Also gut, aber beeil dich. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, mir die Haare abzuschneiden. Und dann musst du auch noch eine Schere für mich auftreiben. Ich mache mich sofort auf den Weg und besorge dir den Kamm. Bleib, wo du bist. Voll die Zicken, Nixen. Ach, ich will aber die Hübscheste sein. So, wer hat jetzt einen Kamm? Kannst du mir vielleicht helfen mit einem Kamm? Äh, Fragen. Kamm. Ich brauche einen Kamm. Weißt du vielleicht, wo ich fündig werden könnte? Warum? Euer seidenes Haar schimmert doch bereits in hellem Glanze. Was könnte ein solch profaner Gegenstand da noch ausrichten? Aber wenn ihr darauf besteht, so fragt die Choregan, wenn euch jemand in dieser Angelegenheit hilft kann, dann am ehesten sie. Okay. Edler Freund, Dankeschön. Dann wollen wir mal wieder zu denen hin. Bin ich froh, dass das jetzt so gut geklappt hat mit den zwei Sachen hier. Schön einsammeln. Das ging ja doch recht fix. So, dann hilf mir mal nochmal mit dem Kamm. Ich versuche einen Kamm aufzutreiben. Hast du eine hier, wo ich... Hast du eine Idee, wo ich fündig werden könnte? Wir haben mal in der Kajüte des Kapitäns einen Kamm gesehen, aber der hat seine Angebeteten gehört und deswegen haben wir die Finger davon gelassen. Vielleicht gibt er ihn dir ja. Okay. Dann... Oh, ich kriege das immer aus Versehen zweimal an. Kajüte des Kapitäns. Dann bitte Kapitän, hilf mal. Ich brauche einen Kamm, Kapitän. Du weißt nicht zufällig, wo ich einen finden kann? Meine Angebetete hatte einen ganzen Schrank voll und damit ihre pechschwarze Haarpracht zu pflegen. Du hast nicht ein oder zwei davon aufgehoben, oder? Diesen hier habe ich als kleines Andenken behalten. Du kannst ihn haben, Flügelwesen. Oh, cool. Ja, dann war es das ja auch schon. Oh, bin ich falsche Seite? Ja. Wo ist die Nixe? Die Eitle, Zickige, da. Da ist dein Kamm. Hier ist der Fischfrau und jetzt lass den fliegenden Holländer ablegen. Ich habe zwar schon schönere Kämme gesehen, aber der tut es auch. Und jetzt verschwinde. Ich will dich hier nie mehr wiedersehen, wenn die sich fertig machen. Alle. So, jetzt verzieh dich. Altenerfahrung 200. Die nächsten sind alle weg. So, was sagt sie jetzt dazu? Als Letzte? Gott sei Dank, meine lieben Schwestern haben dir nichts angetan. Hast du gerade lieb gesagt? Gut, sie können manchmal ein bisschen grießgrämig sein. Und ja, sie sind nicht gerade einfühlsam. Aber trotzdem versuchen sie immer zurückhaltend zu bleiben. Das ist auch gut so. Es würde mir nämlich nicht gefallen, wenn sie mir zu nahe kämen. Es tut mir leid, dass du wegen meiner lästigen Schwestern in Schwierigkeiten geraten bist. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Ich hoffe, es entschädigt dich für die Unannehmlichkeiten, die du hattest. Pass auf dich auf. Neuer Abschnitt. Waffe aus Wasserset. Wie cool. So, und jetzt haben wir das gelöst. Ist das Schiff jetzt weg? Also, die dürfen jetzt ablegen. Möchte dazu noch jemand was sagen? Oder nicht? Sprich mit dem König. Oder eher mit dem Käpt'n müsste man nochmal treffen. Aber wir sollen jetzt zurück, nehme ich an. Ne, das ist gar nicht hier. Das war da. Und kämpft haben wir hier jetzt schon die ganze Zeit nicht mehr. Dann gehen wir jetzt zurück. Aber erstmal möchte ich unseren Drake, glaube ich, wieder haben. Und vor allem soll sie auch getauscht werden. Hier die Piraten, Tussi. Äh, Drake. Guter Drache. Wo ist denn der gute Drache, hm? Ja, Schnurr, Schnurr. Ist doch keine Katze. Kompliment. Was für ein lieber kleiner, süßer, toller Drache. Brrbrup. Okay, wir können unseren... Drake. Begleiten. Brauche deine Hilfe, willst du mich begleiten? Ja, ja. Okay, Bert besetzt. So, die Amareta, die bleibt jetzt hier. Und dann nehmen wir unseren Asiel auch wieder mit. Äh, gegen Bert. So, das sind jetzt wieder unsere Leute. Damit gehen wir jetzt wieder zurück. Haben wir damit alles hier erledigt oder nicht? Beim Schiff. Ich hoffe es. Ich mach mal hier Dunkelnixen. Achso, da geh ich mal rein. Genau, gegen die brauchen wir nicht mehr kämpfen. Sprich mit dem Kapitän. Achso, ich wusste es. Ich hätte mal doch noch nicht zurückgesollt. Dann gehen wir da nochmal eben rein. Ich glaub, dann sehen wir das Schiff auch gleich wirklich ablegen. Ich hab mich schon gewundert. Also doch mit dem Käpt'n reden. Aber dann haben wir die Crew schon mal wieder richtig organisiert. Was ist er denn? Käpt'n, oh Käpt'n, mein Käpt'n. Da. Sei gegrüßt, Flügelwesen. Kapitän, du kannst wieder deine Seemänner zusammentrommeln. Ich danke dir für deine Hilfe. Endlich können wir wieder raus aufs geliebte Meer fahren. War mir ein Vergnügen, Kapitän. So, jetzt können wir zurück zu Oberon. 250 Erfahrung. Und? Gehen die jetzt auch weg oder? Nö. Oh Mann, ich dachte, man sieht das wenigstens noch so cool ablegen. Ah. Na gut, dann hauen wir ab. So, ich will jetzt aber nochmal. Steht das jetzt hier? Lumpusrätsel. Ach, finde ich die höchste Stelle dieser... Nee, dann ist die... Dann können wir ja noch zurück für den dritten Cousin von Gubbedick. Das machen wir noch. Erstmal gehen wir zurück. Dann doch. Ja, 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 ja. Wo ist er denn? Da. Da unten war er, oder? Nee, da ist die kleine... Huh, was ist das hier eigentlich? Ist das die kleine Feja? Ist sie? Mariliane. Hallo, ich bin gerade am Zaubern. Die Schale ist recht bequem. Aber leider stinkt sie ein bisschen nach Fisch. Deswegen versuche ich gerade den Gestank mit einem Zauber wegzukriegen. Aber egal was, was kann ich für dich tun? Gar nichts. Gar nichts kannst du machen. Was ist denn der Oberon? War der doch ganz oben? Nee, der war nicht ganz oben. Was ist er denn? Huh, was ist das hier für eine Blüte? War die schon immer hier? Hm. Hä, der hängt doch hier sonst immer rum, oder nicht? Da ist er doch. Oberon, wir sind's mal wieder. Glückwunsch, Alexis. Der fliegende Holländer wurde gerettet. Das sind wunderbare Neuigkeiten für das Königreich Ferry. Äh, zu menschlich. Befehle der Nixen. Ich sag mal, Befehle der Nixen. Das hätte man sich auch sparen können. Oh, okay. Die Antwort wollte ich jetzt nicht geben. Was habt ihr da gerade gesagt, Alexis? Ja, ich habe den Nixen befohlen, den fliegenden Holländer daran zu nennen, in die Welt der Menschen zu segeln. Aber habt ihr gesehen, was sie angerichtet haben? Bald wird das Meer leer und mit dem abscheulichen Zeug, das sie transportieren, bedeckt sein. Die Menschen haben uns mit ihrem Hass fortgejagt und jetzt zerstören sie unser Königreich. Ach nichts, euer Majestät. Wie lautet euer nächster Auftrag? Oh, weiser Herrscher. Aber wie sie ihn auch einfach mal nicht ernst nimmt. Ich entsende euch in die Stadt der Illusion. Und der heilige Skarabeus braucht eure Hilfe. Gut, wir machen uns auf den Weg. Schon wieder voll genervt. Schon wieder das Nächste jetzt. Aber das finden wir natürlich gut. Das bedeutet, dass wir ein ganzes Stück weiter in diesem Spiel jetzt gekommen sind. Und jetzt gehen wir nicht dahin, sondern dahin. Seh an, Fremde. Willkommen in unserer wundervollen Stadt, meine lieben Freunde. Allerdings muss ich euch mit Bedauern mitteilen, dass ihr sie nicht in bestem Zustand erblickt. Was führt euch also hierher? Vielen Dank für den netten Empfang. Mein Name ist Alexis. König Oberon hat uns geschickt, um deine Stadt und damit ganz Fairy zu retten. König Oberon? Hm. Also pass mal auf. Du scheinst mehr in freundlicher Zeit Genosse zu sein. Und deine Mission ist ja auch ganz wichtig. Aber lass dich gewarnt sein. Den Namen solltest du hier in der Gegend nicht allzu laut aussprechen. Es freut mich zwar, dass du mich warnst, aber ich verstehe nicht ganz. Was gibt es denn hier für ein Problem mit dem König? Sagen wir einfach, dass seine Majestät nie richtig nett zu uns war und viele hier ihm deswegen böse sind. Aber wo bleiben nur meine Manieren? Ich bin Selim, ein Djinn. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Wer weiß. Geht mit Frieden. Ähm, ja. Du auch. Wie cool. Wir sind jetzt in der Stadt der Illusion. Wie schrecklich. Es muss hier wirklich fantastisch gewesen sein, bevor die Hälfte der Gebäude eingestürzt ist. Stimmt, die halbe Stadt liegt in Trümmern. Ich frage mich, was hier passiert ist. Vielleicht war es ja ein natürlicher Vorfall. Ein Tornado oder sowas. Auch wenn es mich etwas überraschen würde, wenn solch eine magische Stadt von so etwas wie einem einfachen Wirbelsturm Schaden nehmen würde. Das ist in der Tat ungewöhnlich. Lass uns einige Bewohner finden. Vielleicht können die uns ja verraten, was hier geschehen ist. Okay. Ich bleibe mit meiner Truppe natürlich hier zusammen. Und jetzt gucken wir uns mal hier in der Stadt der Illusionen das alles an. Ah, da sind wieder Kisten. Das finde ich natürlich gut. Verbessertes Luftset. Sehr schön. Ich bleibe mal einfach hier und gehe mal nach oben. Ah, wen haben wir hier? Mit Ali sprechen. Was willst du, Fremde? Mein Name ist Alexis und ich bin hier, weil ich die Stadt der Illusionen vor der Vernichtung überwahren soll. Kommst du im Auftrag der Wüstenelfenpriesterinnen? Nicht wirklich. Ein anderes Wesen hat mich geschickt, aber das spielt jetzt keine Rolle. Kannst du mir helfen? Ich werde es versuchen. Was kann ich für dich tun? Wenn du mir ein paar Fragen beantworten könntest. Sicher, wenn ich dir irgendwie weiterhilfe. Ich höre. Was kannst du mir über das Reichenviertel sagen? Hier leben die wohlhabendsten und einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Welt. Wir herrschen über die Stadt und das darfst du ruhig wörtlich nehmen. Wir sind diejenigen, die die Geschicke der Stadt der Illusionen lenken sollten und nicht irgendein König, der in einem weit entfernten Land lebt und seine Pflichten vergessen hat. Ich höre. Kannst du mir sagen, was der Stadt so zugesetzt hat? Ich fürchte, wir haben den Heiligen Skarabeus erzürnt und jetzt will er uns bestrafen, indem er sich im Sand eingräbt und uns dadurch vernichtet. Man muss doch irgendwie herausfinden können, warum er so zornig ist. Gibt es eine Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten? Die Wüstenelfenpriesterinnen im Tempel kommunizieren mit dem Heiligen Skarabeus. Normalerweise müssten sie dazu in der Lage sein, ihn zu besänftigen, aber leider hört er nicht mehr zu. Ihrer Meinung nach haben wir schwer gesündigt und nun müssen wir dafür bezahlen. Wo befindet sich der Tempel? Auf dem Kopf des Heiligen Skarabeus natürlich. Du kannst den Tempel gar nicht verfehlen. Er gehört zu den prunkvollsten und ältesten Gebäuden der Stadt. Okay. Ja, gut. Dann tschüss. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns hier weiter in der schönen Stadt rum, der Stadt der Illusionen. Gucken, was es hier noch gibt. Die Musik ist ziemlich cool und dieser ganze südliche Flair finde ich ziemlich cool, wie gesagt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank.